Wir haben neun Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung mehrere Tage lang getestet und in diesem Video stellen wir Ihnen die Kopfhörer vor, die unserer Meinung nach das beste Preis-Leistungsverhältnis haben. Top 4 Bose Noise Cancelling 700 Dieser Kopfhörer ist leicht, schlank und modern und wir fanden, dass er sehr angenehm zu tragen ist. Er bietet eine hohe Klangqualität mit einer guten Klangwiedergabe, einem ausgewogenen Gesamtklang und einer guten Dynamik. Außerdem verfügt es über Bewegungssensoren, die den Klang an ihre Aktivität anpassen. Die Anrufqualität ist unserer Meinung nach jedoch verbesserungswürdig, da unsere Stimme in lauten Umgebungen verzerrt war und wir einige Pfeifgeräusche wahrgenommen haben. Die Bose Music App ist zwar intuitiv, kann aber nicht mit der Konkurrenz mithalten, die mehr Funktionen bietet. Außerdem hatten wir Schwierigkeiten, die Kopfhörer mit der App zu verbinden. In Bezug auf die Geräuschunterdrückung ist dies sicherlich einer der besten Kopfhörer auf dem Markt. Diese Funktion kann in 10 Stufen eingestellt werden, wobei bei Stufe 0 die Umgebungsgeräusche hörbar sind. Unserer Meinung nach sind die Bedienelemente vollständig und intuitiv. Trotzdem ist die Ausdauer eines der größten Mankos, denn mit 20 Stunden bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung ist sie geringer als bei den anderen Modellen, die wir getestet haben. Glücklicherweise kann man die Kopfhörer auch kabelgebunden verwenden. Top 3 Anker Soundcore Space One Obwohl einige unserer Tester fanden, dass er etwas sperrig auf dem Kopf sitzt, ist dieser Kopfhörer leicht und angenehm zu tragen. Er lässt sich leicht verstauen, seine Ohrpolster lassen sich zusammenklappen und eine weiche Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Er liefert einen klaren, ausgewogenen, kraftvollen und dynamischen Klang mit präsenten Bässen und Unterstützung für den LDR-C-Codec für Android-Nutzer. Die App ist intuitiv und ziemlich vollständig, da sie eine ganze Reihe von Funktionen enthält. Sie können auf die Einstellungen für Equalizer, Rauschunterdrückung, Lautstärke und so weiter zugreifen. Während unserer Tests waren wir jedoch von der Anrufqualität etwas enttäuscht. In lauten Umgebungen ist die Stimme leicht verschleiert und in ruhigen Umgebungen gibt es ein Pfeifen. Dafür hat uns die aktive Geräuschunterdrückung sehr gut gefallen, die in fünf Stufen einstellbar ist und sich an die Umgebung anpassen kann, die sie umgibt. Wir stellen jedoch fest, dass es dem transparenten Modus an Natürlichkeit mangelt und dass man bei leerem Akku nicht von der Geräuschunterdrückung profitieren kann. Eine weitere praktische Funktion ist der Easy-Chat-Modus, der die Lautstärke der Musik automatisch reduziert, wenn Sie in ein Gespräch einsteigen. Was die Steuerung dieses Headsets betrifft, so sind seine physischen Tasten ziemlich vollständig. Wir haben ihn auch ganz einfach gepaart und dank der Multipoint-Verbindung kann er mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden werden. Für den Fall der Fälle gibt es ein Zusatzkabel, mit dem man das Headset auch kabelgebunden nutzen kann. Top 2 Sony WH-1000XM 5 Dieser Kopfhörer bietet durch sein dynamisches, detailliertes und stark anpassbares Audio eine hervorragende Klangleistung. Seine umfangreiche App bietet Equalizer-Funktionen und ein System zur Analyse der Ohrform namens Reality Audio 63, um das Klangerlebnis maximal zu personalisieren. Außerdem unterstützt er die höchsten Codecs, SBC, AAC, LDAC, DSEE Extreme und abgesehen von einigen Latenzen bei Videospielen oder Streaming-Plattformen gibt es nicht viel zu bemängeln. Mit seinem ohrumschließenden Design bietet er eine der besten aktiven Geräuschminderungen auf dem Markt. Windgeräusche werden gut gedämpft und der Umgebungsmodus ist ebenso effektiv wie die Funktion Sprechen zum Chatten, mit der die aktive Geräuschunterdrückung und die Musik während einer verbalen Kommunikation automatisch reduziert werden. Im Vergleich zur Vorgängerversion verfügt er nun über zwei Prozessoren und acht Mikrofone. Dies verbessert die Gesprächsqualität erheblich, trotz einiger Pfeifgeräusche in lauten Umgebungen. In unseren Tests fanden wir sein schlichtes, leichtes und bequemes Design mit Ohrpolstern, die die Ohren umschließen, ohne Druck zu erzeugen. Leider bietet er unserer Meinung nach keinen ausreichenden Halt beim Sport und lässt sich auch nicht vollständig zusammenklappen. Nur die mitgelieferte Tasche ist für die Aufbewahrung und Haltbarkeit interessant. Seine berührungsempfindlichen Bedienelemente sind ebenfalls intuitiv, reaktionsschnell und umfassend und er verfügt über eine Multipoint-Verbindung. Top 1 Bose QuietComfort Mit seinen weichen Ohrpolstern und dem gepolsterten Kopfbügel war er für uns angenehm zu tragen, auch wenn er unsere Ohren ein wenig warm werden ließ. Außerdem sitzt er so gut, dass er auch beim Sport getragen werden kann. Wie immer bietet Bose einen hochwertigen Klang mit präsenten Bässen, guter Klarheit, viel Dynamik und Kraft. Die Bose Music App bietet einige Steuerungs- und Anpassungsmöglichkeiten, aber im Vergleich zu einigen Mitbewerbern fehlt es ihr an Funktionen. Darüber hinaus hatten wir während unserer Tests Schwierigkeiten, die Kopfhörer mit der App zu verbinden. Wir haben keine Latenzen bei Video-Streaming-Inhalten festgestellt und die Anrufqualität ist ziemlich überzeugend. Selbst wenn in lauten Umgebungen einige Hintergrundgeräusche wahrnehmbar sind, beeinträchtigen sie die Kommunikation nicht, da die Stimme so klar hervorgehoben wird. Eine der Stärken dieses Modells ist die beeindruckende Geräuschunterdrückung, die es ideal macht, um sich von der Außenwelt abzuschotten. Der transparente Modus ist ebenso effektiv und natürlich. Andererseits gibt es nur diese beiden Modi zur Nutzung, was bedeutet, dass Sie weder den einen noch den anderen Modus ausschalten können. Das Headset verfügt über intuitive physische Bedienelemente, die leicht zu unterscheiden sind. In Bezug auf die Konnektivität verfügt es über eine Multipoint-Verbindung, sodass Sie es mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden können. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 24 Stunden, könnte aber angesichts der Marktsituation noch besser sein. Glücklicherweise können Sie dank der Schnellladefunktion mit nur 15 Minuten USB-C-Anschluss 2,5 Stunden Hörgenuss wiederherstellen. Sie können ihn auch kabelgebunden verwenden, wobei ein Kabel im Lieferumfang enthalten ist. Und schließlich lässt sich der Kopfhörer dank seiner faltbaren Struktur ganz einfach in der Hartschalen-Tragetasche verstauen. Damit ist unsere Auswahl der derzeit besten Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung abgeschlossen. Zur Erinnerung Am Ende dieses Videos finden Sie die Links zu allen Produkten, die wir erwähnt haben, mit ihren besten Preisen. Und wenn Ihnen diese Art von Inhalt gefällt, zögern Sie nicht, ihn zu abonnieren. Am Ende dieses Videos